Was sind die Vorteile von Liquid-Selbst-Nischen? Liquids zum Dampfen gibt es sowohl als Fertigliquids, entweder mit Nikotin oder ohne Nikotin, leicht mittel oder stark, oder man mischt sich selber und kauft dafür die Base, die man möchte, entweder VBG50, das wären dann 50 BG50, VG Wasser 0 oder hier wäre Velvet, BG0, VG80, Wasser 20%, dann würde es geben die einzelnen passenden Nikotinschutz, dann gibt es natürlich auch noch die Aromen. Der wesentliche Vorteil beim Selbstmischen ist einfach, dass man das Liquid zu seinen Bedürfnissen nach kreieren kann. Man kann die Nikotinstärke hier genau dosieren, wie man sie möchte, zwischen 6, 9, 12, 18 oder die Höchstmenge vom Gesetzgeber vorgestimmt 20 Milligramm. Man kann die eigenen Geschmäcker variieren, zum Beispiel hier wäre Cola, Kirsche, kann man natürlich auch mischen, wäre dann Kirsche, Cola oder Erdbeer, Kiwi, zum Beispiel wieder Eistee oder Schokobanane, das wäre dann Banane und Schoko. So lassen sich die Aromen natürlich dann auch mischen. Und man kann natürlich die Inhaltsstoffe selber definieren. Eben schon, wie gesagt, mit der Base, zum Beispiel wenn man eben PG0 mag, VG80, Wasser 20 oder da wäre noch eine traditionelle mit PG55, VG35 und Wasser 10. Da hätte ich die passenden Shots sogar gerade hier. Das werden wir dann im Laufe des Videos einmal zusammen mischen. Jetzt noch auf die Kosten. Ein Fertigliquid kostet circa um die 4 Euro pro 10 Milliliter. Beim selber mischen ist der Vorteil, hier sparst du dir einiges und kommst circa mit diesen Sachen, was ich mir vorbereitet habe für mein Kiwi Erdbeer Liquid, werde ich circa auf 2,50 Euro pro 10 Milliliter kommen und habe es natürlich dann so variiert, wie ich möchte. Mit der traditionalen Liquid Base, PG55, VG35 Wasser 10, ein Kiwi Aroma, ein Erdbeer Aroma und zwei Nikotin Shots. Da werde ich ungefähr auf 4 Milligramm Nikotin kommen. Soviel dazu. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch ein bisschen aufs Mischen ein und fangen einfach mal an. Dazu verwende ich unsere Shake & Whey Flasche. Dann das gewünschte Aroma, was ich möchte, das wäre in dem Fall Kiwi und Erdbeere. Das heißt, wenn wir ein Kiwi Erdbeer Eistee machen wollen, zum Beispiel, wenn man eben auf Geschmäcker selbst anpassen möchte, nimmt man die die Hälfte Erdbeere. Die Hälfte Kiwi. Dadurch, dass ich es ein bisschen intensiver haben will, habe ich jetzt etwas mehr als die Hälfte genommen. Dann füllen wir das Ganze mit unserem Nikotin auf, was wir im Endprodukt erreichen, also im Endprodukt haben wollen. Das ist dann jeden selbst überlassen. Ich habe es gern mit 4 Milligramm Nikotin, das heißt 2 Shots. Das geht ganz einfach mit unseren Fläschchen. Da kann man oben den Verschluss abmachen und einfach alles rein kippen. Dann machen wir unsere traditionelle Liquid Base auf. Eine Kindersicherung. Mit der füllen wir jetzt auf, bis auf unsere gewünschten 100 Milliliter. So. Dann den Deckel mit, da ist ein Einsatz drinnen, gleich fürs Befüllen. Einmal fest zudrehen, dass das einrastet. Schütteln. Am besten wäre es 3-5 Tage stehen lassen, damit die Komponenten reifen können im Liquid, damit der Geschmack sich noch besser entfaltet. Ja, und so wäre ich jetzt ca. auf 2,50 Euro pro 10 Milliliter. So viel zum, was ist der Vorteil von selbst mischen. Also es ist günstiger, man kann die Geschmäcker selbst variieren und den Nikotingehalt ebenfalls. Ich hoffe das kleine Video hat euch gefallen. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.